Gerade weil hier angedeutet wird, dass es eventuell auch zu neuen Treffen kommen könnte bei erneuten Fehlmeldungen, wo ich sehr dafür bin. Ich bin jedes Mal, wenn irgendwas falsch berichtet wird, irgendwelche Fakten falsch rausgegeben wird, trifft man sich hier. Und ich bin außerdem dafür, dass wir hier mal durchzählen und die offizielle von uns rausgegebene Anzahl der Demo-Teilnehmer direkt an die ARD geben, damit wir da eventuell irgendwelchen Fehlspekulationen vorbeugen können. Danke.